Ich gebe dir jetzt einfach drei Tipps, wie du immer unglücklicher und unglücklicher wirst. Weil manche Menschen wollen das unbedingt sein. Tipp Nummer eins, du lässt keine Möglichkeiten zu, die dich erfüllter machen könnten, weil du schon im Vorhinein sagst, es ist schwierig. Tipp zwei, du glaubst, dass egal was du probierst, sowieso nicht funktioniert für dich. Also lässt du es lieber und probierst das gar nicht. Und Tipp Nummer drei, du vergräbst dich immer mehr und lässt überhaupt keine Unterstützung zu. Ja, das sind meine drei Tipps, um einfach noch unglücklicher zu werden. Erkennst du die Ironie? Erkennst du die Ironie? Erkennst du die Ironie? Erkennst du die Ironie? Erkennst du die Ironie?